es reicht erst mal ja was er nicht mehr sich das stören würde ja momentan noch noch also nicht momentan noch alles gut die schön aus kann ich alles klar sieht hübsch aus einfach da haben wir noch mal den körper sagt einfach sieht man nicht denkt ihr dass es hübsch aussieht und dann passt das doch würde ich nicht auf die optik achten wie das aussieht hätte ich auch schon anders geräusch aber ich möchte das ganz schön haben wir gestern oder warum warum denn gesagt und bei mir ist der crash kann sie bitte dahin gehen meine sache ich muss jetzt mal platz schaffen dann schankt oder nein aber irgendwann die werden trotzdem nehmen wir nicht alles ist egal ist die first geht bitte dahin nein es geht um hallo plex seine sachen meine sachen sind doch immer nachgedacht und wenn zentos wenn deine sachen kaputt gehen wird das wäre mir scheißegal du hast so viel material aber nicht wir haben nicht so viel material für 10 milliarden eisen zehn milliarden ja 20 milliarden diamanten das habe ich schon davon hatte ich nur noch 200 was denn habe ich nicht in stadt umgewandelt überlegen wie teuer die power armor ist billig was hast du für material bei dir in der tasche hat das mit elektronik hat es mit zirka gemacht die rüste ob der material hast du mit schaltkreisen machen können und ein dieser verpiss dich weiß dass man das auch weiter mit dem schaltkreisen machen können ich habe ein gelbes yellow pack in inventar soja das weiß ich hattest du nur werden das ist deine spitzhacke kann man so knapp reinpacken kann man aufziehen ja ja das kann noch da rein ich nehme mir eben das hier raus und kann deine schaufel das ist meine schaufel ich bin idiot alter was ja viel im winter ich bring das mal eben ja du magst auch unten ist noch eine spritze ne hab ich kaum ja boin ich kann keine spritzen ich kann ja mit dem jetting ins fliegen du hast immer diese basic circuits gemacht ne die basic circuits ja und diese platin er hat nicht viel material verbraucht das weiß ich du brauchst du mit diesen redstone com cater und so oder com parator nein ne du hast es mit wiring gemacht brauchst du ein gold für und ein redstone dann hast du wo bist du ich schon eins wer du mein game ist gecrasht achso hier hoch dann tu ich mal hier unten ne tierkiste hin neben dem portal tu ich ne tierkiste hin ne das glitscht sonst ich nehm nur einen weg glitsch glitsch pack dir davon in die ecke rein rucksack knapsack close zone hauptsache formium hacken bei sich im inventar ist klar hab ich meinem knapsack wenn du mir das keller abzieht den zomkraft ach die router ist auch schon ach die router ist auch schon äh warte was müsste die single gens ein stück jetzt hast du wieder alles bei dir drinne ja jo passt wieder alles drinne wie gesagt unten in der kiste da drinne kannst du schnappulinski machen na wo schnappi jetzt bin ich grad überlegen hab ich die coalblöcke bei dir reingeschmissen schnappi kleine kugel habe ich die die kleine kiste muss am ende wieder leer gemacht werden da Köpfe Magnete wieder aus na schnappi hallo hallo bist du recht fern oder was du schwichert sich ach jetzt hab ich die ach mann vergesse ich wieder die hälfte wegen dir black und traurig traurig ich habe meine menschen geworfen muss immer bei dir hier ist die diak ist nein nicht da 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 eben muss ich sein tun weil du ein trottel bist einfach stirbst doch ein regeneration ding mit kristall ja hab ich nicht dran gedacht bis auch immer nicht warum er weiß ja wie ich meine wenn ich daran denkt ist das doch nicht mein problem wenn er stirbt hat er pech gehabt dann muss halt mal hart bestraft werden hier trotzdem bist du ein arsch zu ihnen black bin ich noch nur normal zu dir ich weine gleich komm gehe an danke du musst doch nicht weinen ich hab dich doch lieb alles wird gut black wir werden dich alle lieb haben auch zentos hatte ich lieb der weint gleich der junge möchte ich hören dass er weint von vormensch wie nett nein überhaupt nicht schaden nein überhaupt nicht was hältst du denn von mir bitte was denk ich von dir von dem muss sowas denken von zentos denken was hältst du denn von mir hör doch mal richtig zu ja und von dir halten von dir will ich nichts halten ich finde ja auch nicht ja doch manchmal nein so einen schönen knüppel bei der glückliche keule ne ja keule bist du behindert ich weiß so schon los dann ein fertig fertig schuss jetzt müssen wir nur warten dass das titanium gleich brennen kann danach ach hinten war ich ja noch nicht fertig wegen black dann ist black schuld ich traurig ja würde ich auch ich musste ja dein poppes retten danke warum auch immer ich ein kleiderwing in meinem inventar habe was in dem backpack zentos hast du schon kleiderwings nö kleiderwings oder was ja die irgendwie mein mein backpack gehabt siehst du kleider an? hab ich nicht in meinem inventar ja ja ich habe kleider wie die herkommen heißt das was ich mir machen brauche theoretisch schon ob ich sie gebe das ist ja so ne aaaaaa gibt's zum wiederführen ne also gar nix dann können wir wahrscheinlich keine freunde werden ein Freibann du bist einmal nicht gekickt oder so einmal bist du